Kapitel 7 Die blaue Brille Vom Maximilianeum zum Gasteig ist es nicht weit. Nur ein paar Minuten Spaziergang entlang der Isar und schon ist man da. Während Balou Metti von den kulinarischen Genüssen des Gasteigs vorschwärmte, war sie mit den Gedanken völlig woanders. Sie nahm das Geplapper ihres Freundes kaum wahr. Bis jetzt hatte sie gedacht, dass ihr Täter vielleicht jemand war, der Hans Grünfelder nicht leiden konnte. Er mochte zwar sehr beliebt gewesen sein, aber ein Politiker musste immer mal Entscheidungen treffen, die Einzelne verärgern konnten. Metti hatte geglaubt, jemand habe aus Rache das Porträt geklaut und gefälscht. Wahrscheinlich hatte der Rautenanstecker, den der Fälscher oder die Fälscherin aufs Bild gemogelt hatte, irgendwas mit der Sache zu tun. Elias und Flo, mit denen sie am Abend zuvor lange drüber geredet hatte, sahen das genauso. Nun aber war sich Metti nicht mehr so sicher. Nachdem sie das Foto eines zweiten Landtagspräsidenten, das von Reinhold Gruber gefunden hatten, schien das Motiv des Täters wieder völlig offen. Vielleicht wollte der Fälscher gar nicht Rache an Hans Grünfelder persönlich üben, sondern hatte ganz andere Gründe für den Diebstahl des Bildes. Irgendwie war das alles ziemlich seltsam. Metti hatte das Gefühl, dass den Isar-Detektiven nur ein Puzzlestück fehlte, damit das alles zusammenpasste. Wenn sie nur wüsste, welches. Deshalb gab sie erst einmal den Namen Reinhold Gruber und Hans Grünfelder in die Suchmaske ein, als sie vor dem Terminal im Gasteig saß, wo man alte Zeitungsartikel recherchieren konnte. Doch das spuckte nur eine unendlich lange Liste mit jeder Menge politischer Artikel aus. Metti klickte sich frustriert durch die ersten 20 Suchergebnisse, als Balou ihr aus der Cafeteria auf ihr Handy ein Bild eines Schokokuchens schickte. Auch eins? Aber Metti klickte unbeirrt von seiner Nachricht weiter und weiter, gab dann jedoch irgendwann entnervt auf. Das war ja wie die Suche nach einer Nadel im Heuhafen. So funktionierte das nicht. Stattdessen versuchte sie es mit dem Zusatz Porträt. Aber auch das war ein Schuss in den Ofen. Metti fand, während Balou per Nachricht meldete, er habe jetzt aufgegessen, eine Menge freundlicher Artikel über den ehemaligen Präsidenten. Dann aber erinnerte sich Metti an den Namen des Porträtmalers von Hans Grünfelder. Ihr Bruder Severin hatte ihn bei dem Fototermin erwähnt. Hermann Weilhammer. Und ab da war sie endlich auf der richtigen Spur. Nach einer halben Stunde, Balou hatte mittlerweile schon zweimal ungeduldig nachgefragt, hatte Metti einen Zeitungsartikel über den Porträtmaler gefunden. Das ist der Sieger, war die Überschrift. Es hatte nämlich vor Jahren einen Wettbewerb gegeben, welcher Künstler das Porträt von Hans Grünfelder schlussendlich hatte malen dürfen. Zehn Minuten später, Balou hatte entnervt geschrieben, dass er jetzt gehen würde, hatte Metti auch zu Reinhold Gruber mehr gefunden. In einer großen bayerischen Zeitung war erst vor ein paar Monaten ein langer Bericht mit vielen Fotos erschienen. Auch hier hatte es wohl einen Wettbewerb gegeben, wer dieses Mal das Porträt des ausgeschiedenen Landtagspräsidenten malen durfte. Die Zeitung hatte ein Foto vom Gewinner des Wettbewerbs abgebildet. Es war wiederum der bekannte Maler Hermann Weilhammer. Aber das war nicht das Spannendste. Das gibt's ja wohl nicht, rief Metti so laut aus, dass die umliegenden Bibliotheksbesucher aufschauten und sie sich mit einem schuldbewussten Nicken entschuldigen musste. Das, was sie gerade entdeckt hatte, war eine Sensation. Es war genau das Puzzleteil, das den Isar-Detektiven gefehlt hatte. Auf dem Foto war nämlich nicht nur der Gewinner zu sehen, sondern noch ein paar weitere Köpfe. Wahrscheinlich Landtagsmitarbeiter oder Leute, die sonst irgendwie mit dem Wettbewerb zu tun gehabt hatten. In der Bildunterschrift stand dazu leider nichts Genaueres. Aber darunter war auch ein Kopf, den Metti sofort erkannte. Der Typ mit der breiten blauen Brille, der ihr im Landtag schon zweimal über den Weg gelaufen war. Einmal vor dem Klo und dann auf der Rolltreppe, nachdem sie die Fälschung entdeckt hatten. Damit war er in ihren Augen mehr als verdächtig. Dieser Typ mit der blauen Brille musste was mit ihrem Fall zu tun haben. Metti konnte es kaum erwarten, den Artikel auszudrucken und damit zu ihren Freunden zurückzukehren. Sie hatte die entscheidende Spur gefunden. Gute Arbeit, lobte sie entsprechend Elias, als Metti mit dem Ausdruck bei den Dellingers aufschlug. Aber weder er noch Flo, die mit einem mittlerweile dauer niesenden Meerschweinchen Edmund vom Tierarzt zurück war, kannten den Mann. Es könnte ein Künstler sein, vermutete Flo mit einem Blick auf das Foto. So eine auffällige Brille trägt doch sonst kein normaler Mensch. Oder er arbeitet irgendwo im Landtag, widersprach Elias. Auch das können wir nicht ausschließen. Aber rausfinden, unterbrach ihn Flo. Wir gehen nochmal zum Landtag. Und wie sollen wir da reinkommen? fragte Metti. Das brauchen wir gar nicht. Wir haben doch einen Freund an der Pforte und der kennt bestimmt jeden, der da ein- und ausgeht, meinte Flo. Kaum eine halbe Stunde später standen Elias, Flo und Metti ein weiteres Mal vor der Pforte, wo Mehmet Czelik mit seinen Kollegen Dienst schob. Schon wieder da? fragte Mehmet, als er die Kinder sah. Ihr könnt euch wohl nicht vom Landtag trennen, oder was? Dann informierte er die Isar-Detektive, dass die Polizei nicht nur die Beweisstücke mitgenommen hatte, sondern selbst auch nochmal im Keller gewesen war. Die Beamten hatten aber nichts mehr gefunden. Aber wir haben eine Spur, platzte Metti heraus. Sie hielt Mehmet den Farbausdruck des Zeitungsartikels unter die Nase und deutete auf den Mann mit der blauen Brille. Arbeitet der hier? Hast du ihn schon mal gesehen? Mehmet nahm das Papier und betrachtete es eingehend. Dann nickte er langsam. Ja, den kenne ich. Der ist neu hier. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Wie heißt er und wo arbeitet er? fragte Elias ungeduldig. Doch Mehmet wusste darauf keine Antwort. Der könnte überall arbeiten. Als Assistent von einem Abgeordneten, bei der Putzkolonne, im Besucherdienst. Keine Ahnung wo. Elias stutzte. Steht das nicht auf seinem Ausweis? Man braucht doch sicher einen Ausweis, wenn man hier rein will, oder? Ja, klar, gab Mehmet zurück. Nur merke ich mir nicht jeden Namen. Das sind wirklich mega viele. Aber vielleicht kann euch Frau Lechermann weiterhelfen. Soll ich sie ausrufen? Nein, 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 nein. Flo winkte hastig mit beiden Händen ab. Ihr stand nicht der Sinn, nach einem weiteren Zusammentreffen mit der überstrengen Hausmeisterin. Wir kriegen das auch anders raus. Ihr war eingefallen, dass sie Balou noch gar nicht von den neuen Erkenntnissen erzählt hatten. Und Balou kannte im Landtag auch jede Menge Leute. Zu Hause bei Flo angekommen, schickte sie also Balou ein Foto von dem Artikel und fragte, ob er den Typen mit der blauen Brille kenne. Balou reagierte nicht sofort. Seine Antwort ließ vielmehr ziemlich lange auf sich warten. Erst am frühen Abend trudelte eine Nachricht ein. Sorry, meine Mutter hat mich den ganzen Tag in Beschlag genommen. Ja klar kenne ich den. Das ist Gero Teich, Papas neuer Dessertkoch. Warum wollte das wissen? Matti schickte ihm in der Chatgruppe der Isar-Detektive eine kurze Zusammenfassung von dem, was sie bei der Zeitungsrecherche im Gasteig herausgefunden hatte. Echt? Den hast du bei dem Feueralarm gesehen? In Uniform? Was macht denn der in Uniform? fragte Balou zurück. Weißt du mehr über Gero? tippte Flo ungeduldig dazwischen. Aber Balou antwortete nur mit einem schulterzuckenden Smiley und einem Nee. Und deinen Vater? Können wir vielleicht deinen Vater fragen? Das kam jetzt von Matti. Balous Antwort ließ wieder auf sich warten. Wahrscheinlich war er gerade ziemlich eingespannt. Erst um 21 Uhr meldete er sich zurück. Ja, aber erst am Sonntag. Ihr könnt zum Brunch in die Landtagsgaststätte kommen. Sitze jetzt im Auto mit Mama. Morgen Geburtstagsfeier von meinem indischen Cousin in Schweinfurt. So ein blödes Familiending. Dauert den ganzen Tag. Euer Mitleid wird gern entgegengenommen.